so leute ich bin so froh so dass hier das hier gemischt zu haben das ist einfach hammer ich sag es euch einfach das ist hammer leute mischt diese zwei zusammen ihr wollt gar nicht wissen wie meine vorherige wäsche riecht das ist einfach brutal frei ohne witz ich mache diese mischung jetzt noch mal beziehungsweise ich benutze diese weichspiele noch mal weil es ist einfach krank leute es ist krank ich möchte diesen duft auch in meine schwarze wäsche haben und in meiner weißen ich möchte das überall haben es riecht einfach mega 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 leute probiert das aus wirklich ich mache keinen scherz das ist krass genau und ich benutze es jetzt für schwarze wäsche wie ihr sehen könnt und dazu benutze ich jetzt das kuschelweich kolobasch mittel glücksmoment finde ich passt gut dazu mit das denkt mit novelle romance finde ich das passt jetzt auch perfekt das hier schon eine kappe drin und ja riechen tut es auch mega gut ich mache schon mal die maschine an also ich bin echt froh diese mischung gemacht zu haben es riecht einfach super toll deine wäsche riecht sehr fruchtig auch und ja passend finde ich jetzt zum sommer diese dürfte und ja ich würde euch empfehlen wenn ihr es machen wollt macht es ja ich würde es machen und ja so das reicht schon 1400 das passt auch müssen wir nicht so lange waschen und ja wir nehmen jetzt hier und natürlich das glücksmoment von kuschelweich benutzen wir jetzt dazu und ich finde die mischung ist einfach irgendwie perfekt und dann nutzen wir das ich bin ehrlich dieser duft gefällt mir jetzt hundertprozentig nicht aber so sagen wir mal 70 prozent ja aber hundertprozentig ist das jetzt nicht wirklich meins weil ja der duft ist jetzt nicht wirklich so meins wie gesagt dann tue ich hier wasser ich muss jetzt schauen ob ich das jetzt hier im moment kurz sonst fällt es runter so ich mache das jetzt selbst beim shop drauf und ja dann weiß ich mich dass alles runter gespült worden ist die kombination riecht jetzt schon echt gut finde ich also passt sehr gut zusammen so ich gebe hier oben auf der seite im moment hier ist etwas schmutzig so 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 super gut so 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 es riecht ist es riecht gut es riecht echt gut also zusammen riecht das echt hammer so so leute ich hoffe euch hat diese Mischung gefallen und ich würd sagen wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder Wartet kurz ja ich komm gleich ich muss jetzt los und ja wir sehen uns dann bis dann tschüss Vielen Dank.